Darf ich alle Crocs wegmachen denn die funktionieren nicht warum will die wachsen nie im Leben schau wie lange die brauchen die aufs Wachsen er kann es machen ja ich habe ein M.E. Exist Terminal die Hölle geht weiter ja Benni schau wie Spaß das macht kannst du es nicht zerstören das hat Sticks gekostet ich weiß aber es funktioniert nicht wir brauchen eine effizientere Farm in Tech-It-Lite kann man eine automatische Weed Farm machen eine Alfk Weed Farm funktioniert mit irgendwelchen Users und so aber muss ich erst kapieren wie die funktioniert ja hier mach ja man kann es wahrscheinlich mit diesem Stück machen Nein aber ich kümmere mich mal weiter um das M.E. System mal hoffen dass es irgendwann funktioniert wird der Schnee da ok ich arbeite weiter an meinem an meiner Massenproduktion ja holz 1 das heißt das ist hier und jetzt werden hier Stäbchen nochmal produziert ja das muss ich sagen nein wie macht man jetzt noch einmal dieses komische Abzapfgerät ja na gib alles fällt in den Baum und gib es in den Extractor ist viel effizienter und besser ja und ist weniger Arbeit wirklich dieser Extractor macht mehr aus einem ist viel besser ja Willem ähm kannst du mir zeigen wo ich das M.E. bauen soll will ah Timo macht sicherlich ein Haus ne 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 Du brauchst Kakteen halt dafür. Ich weiß, ich weiß, wie das Rezept geht. Nein, Marin, das funktioniert daweil nicht. Das muss erst konstruiert werden. So, danke. Willem, kannst du mir einen Platz zeigen, wo ich, ähm, Dings machen kann? Das E-Mail-System? Ähm, naja, baust du auf dem Hügel da. Hier können wir so ein M-E-Links machen. Schau da. Wo? Hier. Wo? Dieser Hügel da. Warst du nicht neben mir? Ah, das Timo. Da, Benni, da, links von dir. Links, links, links. Links, nein, links von der Factory. Ja, hier, hier, dieser Hügel. Aber da wohnt Timo. Ja, über Timo's Haus soll das im E-System sein. Ne, ich würd's schon gerne in der Nähe von uns haben, weil... Dann mach's doch, Tim, schau. Warte, folge mir. Die, äh, Willem, ich möcht' nur sagen, äh, dass das im E-System nicht wirklich sehr groß ist. Ja, du machst hier, schau. Siehst du, hier ist so eine Fläche und wir können Sachen rundherum bauen. Verstehst du? Kannst du ein Haus hier bauen, dein Häuschen? Ich baue mir eine Chainsaw. Hast du keine? Nein! Warte's mal rein. Ich hatte eine, aber ich hab sie verloren. Ah, wir gehen. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Wie immer. So. Okay, jetzt brauche ich... So. Dann alles. Und die Copper Cable sind dort. Ah, hier ist es schön. Ja, hier sind schöne Massen von Copper Cable. Ich find's so nice, dass ich einfach gratis Cobblestone zur Erde machen kann. Einfach gratis? Ja, wirklich gratis. Mit diesem Minium Stone. Mann, die Tür soll sich andersrum drehen. Ne. Dann platzier sich. Ah, chainsaw. Schissi. ist aber sehr motiviert Willen nein ich hab wieder diesen Bug gemacht dass ich ah nein Benni Benni das ist so cool wenn man eine Chainsaw in ein ok wenn man eine Chainsaw in eine Battery Box in ein Gift macht die Battery Box ein Geräusch als wäre sie eine Chainsaw was ja hast du ok Benni ich hau jetzt ich baue jetzt das Häuschen Benni kannst du mir mehr Fackeln bauen äh ja nein bitte nein mach selber ich ach Benni du Fauletzer Fauletzer Laurenzer nichts gegen Laurenz nichts gegen Laurenz hast du mehr Glas Äpfel Timo Äpfel ich brauch Glas ich brauch Samen Timo kann ich fragen warum du dich selbstständig machen willst warum selbstständig naja du wohnst hier alleine hast einfach deine eigene Kiste wo du einfach alles drauf hast und das ist dumm und das ist dumm nein das ist effizient nee weil das Ding ist wir haben eigentlich ne schöne Gemeinschaftsgiste geht es jetzt wirklich nicht doch Timo ich hab's geschafft toll timo wo bist du? Ahí Unbelievable neues Haus nein ich habe ein Ei gefunden ich glaube hier in der Nähe ja Kinder er hat er passt nicht täglich er hat dort und das Haus entsteht kommt es in die Stimme also praktisch unser ganzes Lager Arter die Munkern als andere nicht in der Firma Kraft wie ich sehe bei meinen E-Zio bei meinen das schneiden immer ist es eigentlich das umgekehrte, da beleidigt Timo Benni die ganze Zeit manchmal sind die Beleidigungen so schlimm, dass ich sie ausschneiden muss Wahnsinn, was sei ich so Schlimmes Komm her du dummer, geh weg Das ist doch eh toll, das ist das Beste Schalt endlich dein Hirn ein, du Idiot Und so Benni, du bist sehr dumm Das finde ich schön Ok Benni, du bist sehr dumm, das ist nicht so schlimm aber manchmal rastest du aus und sagst du Verstehst du, ja 12 Sugar Canes sind schon in der AFK Sugar Cane Farm es funktioniert Willem, ich präsentiere ME Access Point Unable to communicate with controller So, jetzt brauchen wir diese Storage 1K Fume Willem, soll ich 1K machen oder gleich 4K Also 4K-Items können dann rein 4K-Videos? Was? Nicht schlecht? Nein, 4K-Items Ah, ich hätte gerne Videos Kriegst aber keine 4K-Videos da Wieso nicht? Alter, ich mach zum Strahl Wie soll ich das Huhn mitnehmen irgendwie rauf und dort eine Farm bauen Ja, bau auf deinem Hügel eine Farm ist besser Halt dich kurz zum Strahl Ah, da ist auch ein Huhn Lecker Au Nee, pass auf Zombies sind böse Ich hab keine Tülen gewählt Hallo München, komm mit Ach man, warum kann kein Tag sein Weil es dumm ist 6ھ Ok, ich glaub Ja, ich habe ein Hühnchen gefangen. Timo, Timo, komm zur IFK-Farm, du musst dir das anschauen, warte, ich mache Screenshot. Oha, ist so schlimm. Hilfe Willis, Cios. Da Timo, schau, komm rauf, ja wie ohne Jetpack, komm, 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 komm raus, ich habe ein Herz Willem und kein Essen, Äpfel Timo, Äpfel, Äpfel sind so gut, so Timo, wo bist du weggerannt? Ich bin eh hinter dir, okay komm, schau auf den Baum, oh, das sind 10.000 Hühner, es ist ein Baum von Hühnern geschmückt. Von wegen Fleisch wächst nicht das Bäume. Welche Produktion? Welche Produktion ist langsam? Ach man. Dann diese von diesen Redstone-Dingern beim Assembly-Table. Redstone-Engine. Ah, hast du alle Materialien nachgefüllt? Musste ich? Ja, ich habe letztens Full Run gemacht, ich habe alle Materialien ausgeschöpft. Willem, 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 ich gebe dir eine Aufgabe. Willem, 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 ich gebe dir eine Aufgabe. Willem, Willem, ich gebe dir eine Aufgabe. Willem, Willem, ich gebe dir eine Aufgabe. Willem, ich gebe dir so, hier, nimm den Bumerang. Oh, danke. Wenn ich jetzt die Hühner treffe. Hä? Weißt du, wie man den benutzt? Ja. Okay. Ziehen und, also halt gedrückt lassen rechts und dann halt schießen. Ja, genau. Wie macht man den? Welchen? Aden, machst du halt rechts oben ein Stück Eisen? Nein, nein, ich bin... Rechts oben ein Stück Eisen und dann bis nach rechts ohne Holz und bis nach links oben Holz vom Eisen. Willem, ich weiß nicht, ob es reiner Zufall war oder es wirklich geplant von mir war. genau, ähm, genug solche Silikondinger zu machen für Car Storage. Es war reiner Zufall. Nein. Doch. Gehackt. Gehackt auch. Willem, kannst du Bäume fällen und daraus wohl machen für den Assembly Table. Wieso funktioniert Slash Backlist nicht? Ah, meine, meine Motorsäge ist aus. Ich mach weiter. Ja. Hey Hühnchen, schau mich an. Jetzt komm. Schnell. Hühnchen, schau mich an. Geh, das ist so dumm. Also wirklich, die sind so dumm. Willst du mehr Hühnerfarm machen? Ja, das ist die Antwort. Er will eine machen. Merke ich. Wenn ich mach ein zweistöckiges Haus, in dem du deine Sache verwendest. Ah, Willem, ich jetzt noch mehr Zuckerrohr an der Küste. Ja, ja. Ist kein Problem. Die AFK-Farm produziert schön. Zwar langsamer, aber schön. Supi. Ich nehm' einfach mal das rum mit. Weil das rum ist toll. Ich find' die Aussage so frecklich, Supi. Was hast du grad vor? Äh, ich baue dir dieses Häuschen, wo du deine Arbeiten machen kannst. Äh, das muss nicht wirklich so hoch sein. Es ist halt ein zweistöckiges Haus. Fertig. Ich hab' schon die Rahmen. Ja, okay. Hast du ein bisschen Holz? Ja. Bitte. Aber das hab' ich zum Verbrennen gegeben. Das macht Spaß. Schön. Jetzt alles zerstören. Ja. Ja, ja, du hast kein Holz. Ja. Jetzt haben wir wieder ein langweiliges Brachland. die er hier naja auf einem in einem gebiet aus brauchte ich auch schien was ist was ist Ja, ich habe einmal einen Hund gezählt und ich denke, Benni hat am Ende getötet oder so, weil er es geschlagen hat und es ist auf ihm losgegangen. Ja, schon wieder Benni hat den Hund geschlagen und er geht wieder auf ihn los. Das hat mich geschlagen. Nein, Maren hat mich geschlagen und den Befehl hat mich freigegeben. Soll ich auch die Farmer abreißen will? Na, die Farmer solltest du, äh, solltest du das. Ich verschwende so viel Elektro. Nein. Alter, der Hund ist so aggressiv auf mich. Tja, das passiert Mr. Wolf, der mich die ganze Zeit nerven will. Ich lade meinen Jetpack wieder auf. Ich bin verschwenderisch geworden. Da hat jemand gerecht gefühlt. Ich bin geschwender. Ich bin zu dir, wie ich sie verletzt möchte. Ich bin das ungefähr. Ich hab die Tür Zombies sicher gemacht, ok? Ah, die Tür wo du arbeitest halt, in dem 2-Stadt-Gegen-Haus. Ja, passt. Wie soll das Haus heißen? Ich nenne es Bennys Arbeit. Später, nein, nenne es Lagersystem. Ok. Willem? Willem kann ich dir einen Auftrag geben? Welchen? Und zwar ein Electric Ferns machen und ein paar Speed-Upgrades für die Maschinen. Nein, ich arbeite auf was anderes. Willem, wie machst du jetzt diesen einen komischen Item-Collector? Ich hab noch 6 übrig, wenn du brauchst. Ja, einen brauch ich auch, ne? Und du kannst eben Too Many Items-Menü nachschauen mit R. Und ja, Timo, du kannst eine Chest direkt darunter stellen. Und das Item wird in die Chest gehen. Vielleicht könntest du es sogar daneben stellen. Weiß ich jetzt nicht. Ah, dafür braucht man eben nur so Plastik, eine Chest und eine Factory-Maschine. Die man auch mit Plastik macht einfach. Aha. Tja. Ich hab vergessen, zwei Diamanten in den Bild zu werfen. Ich hab das vergessen. Von letztem Mal noch, weißt du das nicht. Ah, der ist schon wieder überhitzt. Ich verschmutze unsere Farm. Wer ist überhitzt? Ja, dieses Ding da. Dieses Dimension. Wie kann man das abkühlen? Äh, mit meiner Branch. Schau. Die macht man aus einem Stone Gear und drei Eisen. Mach ich. Äh, Willim, brauche ich jetzt noch einen Hopper oder nicht? Nein, brauchst du nicht. Das ist einfach so. Ohne irgendwas. Kann ich's hinlegen oder wie? Ja, einfach daneben oder darunter eine Chest. Und es wird in die Chest gehen. Oh, es gibt keine Refined Iron Shovers. Schade. Willim, diese Sterling Engines funktionieren auch ohne Kohle. Nur machen die Laser dann nichts. Wow, sehr nutzig für deine Laser. Ne, ich wollt's nur mal anmerken. Okay. Warum baust du das alles? Ah, hier, okay. Wo baust du das, Timo? Timo, wo baust du das? Ja, musst du halt suchen. Ah, da. Okay. Okay. Also, ähm, du kannst darunter haben. Äh, denn ja, das was gedroppt wird, wird ja, äh, X sein. Auch. Eckstein, 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 Allem. Penny, hast du mein Eisen. Wie viel war's? Ich glaub irgendwas mit 10, ich glaub so 16 oder so. Viertelstack. Oster. Vielleicht hab ich mir gedacht, dass ich noch welche hab. Noch welches hab. Oster? Ja. Ich geb dir die Hälfte von das, was ich mit hab. Juhu. Da fliegende, tödliche Anna. Ja, es regnet. Warum hab ich kein Essen? Wir haben solche Essensprobleme. Kannst du dich darum kümmern? Ich hab Äpfel. Ich mach grad eine Hühnchenfarm. Ja, aber nicht wieder. Ja, Timo macht... Timo baut dann eine Hühnchenfarm. Du kannst ihm gern helfen. Ich muss um... Nein, es ist... Es bleibt mir eine Hühnchenfarm. Junge. Das, was wir gebaut haben, ist für alle Öffentlichen. Möchtest du mal gesagt haben. Ja, Timo macht auch eine Öffentlichenfarm. Nee, mach das nicht. Also ihr könnt immer was haben, aber... Nein, ich bin dumm. Hast du Glück? Ja. Wusstest du das nicht? Willem? Hast du zufällig so ein... Redstone Golden Chipset? Was? Set. Set? Nein. Timo? Eine Golden Set. Redstone Golden Chipset. Sicher nicht? Eine Golden Chipset, das ist das überhaupt. Fürs MME-System. Aber darum kümmere ich mich eigentlich. Geh. Ein Hühnchen ist einfach in der Wand. Ah, da ist... Okay, es lag einfach nur hier irgendwo rum. Ah, warte. In Realität gibt's sowas wie Control Roads. Gibt's das hier? Ja. Ja, du hast schon einen. Reactive Cooling Injector. Ja, aber... Nein. Oh. Nein. Oh, gut. Es reicht auch schon. Ich mein... Hier, klar. Wenn. Hey, wo ist mein Glas? In der Kiste. Oh. Okay. Im Haus bist du sicher. Ah! Im Haus bist du sicher, Wilhelm? Ja, ich bin aus dem Haus rausgegangen. Wie macht man eigentlich diese Plastikdinger, Wilhelm? Ja, du... Du gibst einfach Rubber in die... Ähm... Ja, Benni, wir haben's kapiert. Ähm... Du gibst Rubber in die... Nein, Wilhelm. Ich hab eh Raw Plastik, Wilhelm. Ich hab eh Raw Plastik, aber wie machst du dieses Plastikding? Aha! Vier. Vier davon, so in einem halt... So, als würdest du Snow machen.